Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare 2. Wie gesagt, Schießbude, ich glaube es bringt gar nichts, wenn wir hier versuchen alles auszuräuchern. Es wird nicht klappen. Es wird nicht klappen. Oh Mann ey. Wie gesagt, meine... Absolute Hassmission. Ja. Was? Oh, Alter. Hm. Ernsthaft? Okay. Ja, da ist die Folge ja sehr rasant losgegangen. So. Haben wir das auch geschafft. Ekelhafte Mission. Echt widerlich. Gut. St. Bravo, wir sehen 70 Feinde in Ihrem Bereich. Bitte bestätigen. Sehr lustig, Station. Negativ. Total negativ. Over. Könnte ein Fehler in einem der ACS-Module sein, Sir. St. Bravo, Systeme werden gerade auf Fehlfunktion überprüft. Der Himmel ist freie Station. Sie haben da ein... Starke Sonnenfleckenaktivitäten heute. Sierra Delta, wir haben hier vielleicht ein kleines ACS-Problem. Sehen Sie irgendwelche Feinde? Over. Wir sind überall. Sierra Delta, wiederholen Sie. Ich sehe Kampfjets über der I-95. Wie zu Hause sind Sie durchgekommen? Bereithalten. Kontaktieren die nächsten Einheiten in diesem Bereich. Verstehe. Hier ist Sergeant Foley. 1. Bataillon, 75. Das Raiderregiment. Befehlshabender Commander von Hunter 2-1. Hören Sie mich? Over. An alle Stationen. Achtung. Satellitenüberwachung wurde deaktiviert. Geräuschenüberwachungssysteme sind seit nicht einsatzbereit. Okay. Als ob Sonnenflecken oder Sonneninterferenzen Information fliegen. Euer Ernst? Anfänger. Ähm. Warum haben wir kein MD? Raus hier, raus hier. Oh Gott. Warum werden wir dauernd auf unsere Fahrzeuge geschossen, Alter? Overlord, hier Hunter 2-1. Erbitte Luftunterstützung. Over. Hunter 2-1. Alle Luftunterstützung ist bereit zum Einsatz. Zusätzliche Bodenunterstützung ist auf dem Weg zu Ihnen. Ist aber auf heftigen Widerstand getroffen. Over. Roger, Overlord. Wir haben nur feindliche Panzerfahrzeuge gesichtet. Oh, cool. Overlord bestätigt alles. Viel Glück. Ende. Sarge, sollen wir uns hier opfern oder was? Sowas ähnliches, Corporal. Was? Nö, da mach ich nicht mit. Feuer einstellen. Die BTR nicht angreifen. Sie haben uns noch nicht gesehen. Nach rechts und dahinter bleiben. Ich sehe Rauch bei der Abschutzstelle. Da ist Wetter runtergegangen. Wir wurden entdeckt. Ramirez, Rauchgranaten einsetzen. Dann Deckung geben. Team, eine Rauchgranate auf den BTR werfen. Guck, da waren zwei. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ach so. Deckung im Rauch nutzen, um am BTR vorbei in die Gasse zu gelangen. Hm. Ramirez, zur Gasse. Ach so. Und dann den Üben. Wollt ihr mich? Naja, komm. Besser als nicht. Einmal nachladen, bitte. Und weiter geht's. Oh, fuck. Ich dachte, ich hätte es erwischt. Na, nehmen wir das. Alter. Achtung, quack auf zwölf Uhr. Hm, irgendwas habe ich getroffen. Granate, der Beagle! Hm, so. Sind das jetzt, das sind jetzt die Russen, oder? Ich weiß es nicht mehr. So. Krieg sie nicht. So, wir sind... So, brauchen wir noch irgendwas? Aus dem Tankstellen... Stopp. Hier haben wir nur... Hier haben wir nichts. Ach, nee. Ich bin langsam zu alt für diese Scheiße. Mit mir kommen! Los, los, los! Oh. Okay. Ist das hier nicht... Nee, das ist gar nicht Burgertown. Wo ist denn das Burgertown? Ach, da hinten. Okay. Wo ist Raptor? Wir haben ihn zum Kühlraum gebracht. Der ist so gut wie kugelsicher. Die ist ein Status. Noch bewusstlos. Sind hier Sanitäter? Auf der Dach überprüfen. Was noch? Ach, sind das... Ach, sind das... ...oder... ... mit einem Impfstück geschützt. Ramirez. Auf das Dach und die Vorrede überprüfen. Okay. Sollte... ... kein Problem sein. Achtung, Ladies. Das ist Schwachs im Süden. Mhm. 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 Mh... Mhm. Mhm. So, will noch einer? Gut, ich, äh, ja, weiß ich nicht, soll ich hier stehen bleiben, oder? Na komm. Okay. Wie kommen die jetzt? Sie bilden eine Rauchwand im Norden. Roger, Zermalvi sie aktivieren, falls vorhanden. Norden. Alles klar. Okay. 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 Ah, okay, unser. Er riecht ja auch. Man. Was? Ja, 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 ja. Aua. Ich habe einen feindlichen Drohnenpiloten gesichtet, er lenkt die Raketen. Er ist in dem Restaurant im Westen, over. Ramirez, rüber da und den Penner unschädlich machen. Ich schicke Ihnen einen Teil des Trupps zur Unterstützung, los. Ja, super. Natürlich. Ähm. Gehen Sie hinterher ist das Feste. Der BTA hat Sie anvisiert. Grüß. Fuck. Und es geht schon wieder los. Ach was. Ist das so? Ah, Herr Blume, er ist schon... Alter. Gehen Sie hinterher ist das Feste. Der BTA hat Sie anvisiert. Was? Out of Service? Weiß warum. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hä? Ey, das... Gibt's nicht. Nein. Ich habe einen feindlichen Drohnenpiloten gesichtet. Er lenkt die Raketen. Er ist in dem Restaurant im Westen. Over. Ramirez, rüber da und den Penner unschädlich machen. Ich schicke Ihnen einen Teil des Trupps zur Unterstützung. Los! Gehen Sie hinterher, ist das feste. Der BTA hat Sie anvisiert. Klar. Deckung. Der BTA hat Sie entdeckt. Ja, mein Gott. Hey, das... Ja, vielleicht sollte man einfach ein bisschen besommer vorgehen. Ich habe einen feindlichen Drohnenpiloten gesichtet. Er lenkt die Raketen. Er ist in dem Restaurant im Westen. Over. Ramirez, rüber da und den Penner unschädlich machen. Ich schicke Ihnen einen Teil des Trupps zur Unterstützung. Los! Mhm. Danke. Ich schicke bei dir auf 12 Uhr! Hm. Private Hirsch. Gehen Sie hinterher, ist das feste. Der BTA hat Sie anvisiert. Der hat mich gar nicht gesehen. Mein Gott. Alter. Man kann hier nirgendswo in Deckung gehen. eux. Das ist ein fasziniert. Ich schicke bei dir auf. Ich schicke bei dir auf das BTA. Ich schicke bei dir auf. Also, wenn ich ... Ich schicke bei dir auf die Schmerzen. Aber die BTA mit kauten. Ich schicke bei dir. Ich schicke bei dir auf eine Schmerzen. Küche noch nicht gesichert doch jetzt gesichert ja geht auch zeit dass wir endlich mal hier aber bevor ich mal gucken ob wir im hinterraum noch warte mal das ding aber das ding ja nur flugabwehr oder generell für schweres gerät waren es nicht eben zwei panzer fahrzeuge gut frage erledigt dann halt nicht er wird gemacht feindliche potterwagen ausschalten ramirez ziel getroffen abschluss bestätigt warum klappt das wieder zu also schon ein bisschen dumm ne wollen wir gucken ob wir die vielleicht da rauskriegen moment also unglaublich scheiße so die sitzen auf dem dach ja ja lass mich erst mal hier noch ein bisschen die sitzen nicht erwischt er ist aber sowas von erledigt den machen wir auch noch einmal und ich würde sagen ich versuche noch einmal da rein zu kommen nein gut ähm Sind sie noch da? Roger! Alle Zuhörer, Planänderung! Ramirez! Sichern Sie mit Ihrem Trupp den Burger Town! Wir bringen Raptor dorthin! Diese Position wurde entdeckt! Alle anderen Zuhörer, wir bewegen Raptor sobald wie möglich! Am Nordeingang vom Nade sammeln! Wir müssen hier unbedingt raus, bevor die noch einen Angriff starten! Müssten wir hinkriegen! Er ist erledigt! Warum kann ich da nicht drüber springen? Das ist doch unglaublich! Oh nein! Ich bin hinter einem Busch, alles gut! Wo ist denn die Küche? Ramirez, beim Burger Town sind immer noch Feinde! Wir müssen los! Ja, lass mich doch hier ein bisschen mit dem Ding rumspielen, Alter! Alles klar, das bringt nichts! Si, si! Ramirez, wir müssen den VIP jetzt wegschaffen! Restaurant sichern! Ich hätte gerne etwas Leckeres! Ach, das ist eine Kasse oder so! Alter! Da ist einer in der Burger Town Küche! Ramirez, wir müssen Raptor jetzt wegschaffen! Restaurant sichern! Wo ist denn der? Das ist natürlich kacke, ne? Das ist natürlich kacke, ne? Was? Nein! Okay! Leute! Das war's für diese Folge! Oder? Ja, komm! Wir machen jetzt hier... Gute Arbeit, Team! Ja, wir sind wieder hier! Alles klar, Leute! Ich wünsche euch was! Bis zum nächsten Mal! Macht's gut! Ciao!